Hi, hier ist dein Coach Christian Bischof und dieses Video heißt Hör nie auf, an dich zu glauben. Wir haben gerade herausfordernde Zeiten. Ganz, ganz viele Menschen stehen vor extremen Herausforderungen, die es noch nie so gab. Solo-Selbstständige, denen ihre Selbstständigkeit wegbricht oder Mütter, die sich nicht nur um ihre Kinder, um ihren Beruf, sondern vielleicht auch noch um Homeschooling kümmern müssen oder Unternehmen, die sich komplett neu aufstellen müssen. Das Leben ist polar und wenn es gute Zeiten gibt, muss es auch schlechte Zeiten geben. Und in diesen schlechten Zeiten fangen wir, das gehört einfach zu unserer Natur, an, an uns zu zweifeln. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass das Wichtigste in deinem Leben immer eine Sache ist, dass du nie den Glauben an dich selbst verlierst. Dass du weißt, jeder Mensch hat diese Zweifel. Und oft laufen Tage einfach so schlecht, dass du dir denkst, das macht doch alles keinen Sinn mehr. Warum mache ich das überhaupt? Wo bin ich hier? Ich bin hier vollkommen fehlplatziert. Wie hat mich das Leben in diese Richtung gespült? Und dann sei bitte nicht so streng zu dir. Wenn du nicht perfekt bist, oft ist das beste Rezept einfach jeder Tag geht vorbei und am Abend legst du dich ins Bett und am nächsten Tag, so dumm es klingt, ist ein neuer Tag. Hör nie auf, an dich zu glauben, bedeutet, es gibt nur einen Menschen auf der ganzen Welt, acht Milliarden Menschen, es gibt nur einen, der immer an dich glauben sollte. Und das bist du selber. Solange du an dich glaubst, ist alles in Ordnung. Und wenn du 100 Rückschläge hast, kannst du 100 Mal wieder aufstehen und du kannst es ein 100 und 1. Mal probieren. Wenn du zum Beispiel ein Business gestartet hast und du hast drei, vier Fehlschläge gehabt, hör nicht auf, an dich zu glauben. Ich denke zurück an meine Selbstständigkeit, als ich als Redner angefangen habe, wie viele richtig schlechte Vorträge ich hatte, wie viele Vorträge ich sogar hatte, die abgebrochen wurden. Das waren mindestens fünf. Das ist nicht einmal passiert. Das ist nicht zweimal passiert. Das ist fünfmal passiert. Vor Lehrern, vor Schülern, bei einer Großveranstaltung. Und jedes Mal war ich so klein am Boden. Und trotzdem bin ich immer wieder aufgestanden. Immer wieder aufgestanden. Wie machst du das? Indem du dir bewusst machst, warum machst du das Ganze. Indem du dir bewusst machst, wem du damit helfen möchtest. Indem du dir bewusst machst, was du Gutes in die Welt damit trägst. Indem du dir bewusst machst, welchen Menschen du wie damit hilfst und du das große Bild wieder vor Augen hast. Hör nicht auf, an dich zu glauben bedeutet, dass du weißt, du wirst Rückschläge haben, dass du weißt, du wirst Zweifel haben. Doch dass das das Normalste der Welt ist und dass es einfach darum geht, hey, einmal aufzustehen, noch einmal aufzustehen und es einfach noch mal probieren. Bleiben wir bei dieser Selbstständigkeit, wenn die nicht den gewünschten Erfolg von Anfang an bringt. Die Wahrheit ist einfach, das Internet vermittelt dir, alles geht einfach. Millionär über Nacht, eigene Business aufbauen in vier Wochen, Kunden generieren mit einer Facebook-Anzeige. Nein, die Wahrheit ist einfach, das Grundprinzip im Leben ist, um richtig, richtig gut in was zu werden, brauchst du zehn Jahre. Du brauchst zehn Jahre Erfahrung, Minimum meistens 20 Jahre, um dann voll durchzustarten, um eine Ikone in deiner Branche zu werden und hör nicht auf, an dich zu glauben, bedeutet im zweiten Schritt, dass du dich frei machst von dem, was vom Außen auf dich einprasselt. Ja, andere Menschen werden dich kritisieren, andere Menschen werden dich hinterfragen, vor allem die Menschen, die du liebst, die dich lieben, Familienmitglieder, werden dich angucken, wozu machst du das alles und warum machst du das so und kannst du nicht mal vernünftig sein oder kannst du nicht mal anständig mit deinen Kindern umgehen und wenn du das an dich ranlässt, wenn du da kein Schutzschild hast, dann versinkst du immer mehr in den Zweifeln und wenn du dann von außen immer mehr Kritik noch bekommst, spiegelt dir das eigentlich nur, dass du dafür offen bist. Wenn du irgendwann nicht mehr offen dafür bist, dann werden Menschen dich nicht mehr kritisieren, weil du schon so eine Aura hast der Selbstsicherheit, die sagt, hey, ich bin nicht Miss Perfect, doch ich gebe mein Bestes und ich weiß, was ich mache und ich weiß, dass das nicht fehlerfrei ist, doch ich werde mich nicht von diesem Weg abbringen lassen und da hilft dir vielleicht das Mindset, jeder darf seine eigene Meinung haben, jeder Mensch hat sein eigenes Bild, hat seine eigenen Gedanken, deine Gedanken sind deine Gedanken, meine Gedanken sind meine Gedanken, du darfst denken, was du willst, ich denke, was ich will, was andere Menschen über dich denken, braucht dich nicht zu interessieren, weil am Ende deines Lebens wirst du merken, dass kein anderer Mensch sich wirklich für dich interessiert hat. Kennst du diese Regel 18, 40, 60? Mit 18 denken wir nur darüber nach, was andere Menschen über uns denken, deswegen machen wir immer, was alle anderen machen, zumindest die allermeisten, du weißt, keine Regel gilt immer doch für die allermeisten Menschen. Mit 18 denken wir nur darüber nach, was andere über uns denken, mit 40 denken wir zum ersten Mal, scheißegal, was andere über uns denken und fangen an, uns so zu befreien, unser Ding zu machen und mit 60 erkennen wir auf einmal, dass nie jemand wirklich darüber nachgedacht hat, was du machst, weil jeder mit sich selber beschäftigt war. Also, hör nicht auf, an dich zu glauben, bedeutet dir immer wieder bewusst zu machen, der einzige Mensch, der immer an dich glauben muss, bist du selber. Hör nicht auf, an dich zu glauben, bedeutet, dass du dich immer mehr befreist von äußeren Einflüssen, vor allem von den negativen Einflüssen, dass du sie nicht so nah an dich ranlässt, dir nicht so zu Herzen nimmst und weißt du, wenn du abends in den Spiegel gucken kannst, dich selbst anschauen kannst und sagen kannst, ich habe heute mein Bestes gegeben, dann bist du ein voller Erfolg. Und hör nicht auf, an dich zu glauben, bedeutet, lass in deine Ohren, in deine Augen und in deinem Kopf primär Dinge, die den Glauben an dich selbst stärken. Inspirierende Dinge, motivierende Dinge, Menschen, die dich aufbauen, Menschen, die dir Tipps geben, wie du es gehst, wie du es schaffen kannst, wie du über dich hinaus wachsen kannst, wie du das nächste Level erreichen kannst. Alles das, was dich besser macht, was dir ein positives Mindset gibt, nichts Negatives, weil was du durch deine Ohren hörst und durch deine Augen siehst, ist das, was dich am meisten beeinflusst. Und heute ist das so einfach. Du guckst dieses YouTube-Video, du kannst Podcasts hören, du kannst auf Seminare gehen, du kannst die großen Menschen studieren. Was du in deinem Kopf lässt, das wirst du. Und wenn du einen unerschütterlichen Glauben an dich selbst aufbaust, such dir die Informationen im Netz, die dich dahin bringen, dass du mental immer stärker wirst. Weißt du, am Ende ihres Lebens sind nicht die Menschen, die, die am meisten aus ihrem Leben gemacht haben, die das größte Talent hatten oder die in der besten Familie aufgewachsen sind, sondern die, die nie den Glauben an sich und ihre Sache verloren haben. Glauben ist nicht messbar. Deswegen ist es wissenschaftlich nicht, viel damit anzufangen. Doch wir kennen doch alle das Sprichwort, der Glaube versetzt Berge. Der Glaube versetzt Berge. So zum Abschluss ein Gedanke. Jeder Mensch hat einen Glauben. Jeder Mensch muss an etwas glauben. Warum glaubst du nicht an dich selbst?